ein hammermäßiges moin und herzlich willkommen zu diesem unboxing ich habe mir jetzt neues was im internet bestellt da ich das sowieso noch mal brauche und zwar eine smartphone halterung um das smartphone auf den kamerastativen zu befestigen bestellt habe ich das schulterput s1 und ja ich wollte das heute einfach mal mit euch zusammen auspacken und ja gehabt habe ich das schon mal leider ist mir das abhanden gekommen und jetzt habe ich mir das nochmal bestellt weil ich damit sehr zufrieden war gut fangen wir mal an nehmen wir mal mein unboxing besser und schneiden wir es mal auf beiseite gelegt so kommt es daher das packen wir erstmal beiseite dann haben wir hier ein vollmetall gewicht und beziehungsweise ein griff und das eigentliche hauptteil diese halterung hier in der packung ist sonst soweit nichts hier ist noch irgendwie information aber das brauchen wir nicht also das ist hier das schulterput s1 da sieht man es auch noch mal wie man es zu befestigen hat und ja dann gut also wir haben hier das teil das können wir wahlweise mit oder ohne den band hier unten anschrauben das ist eine 3 8 zoll stativ gewinne schraube da kann man das so im prinzip festhalten die handschlaufe hat man auch zusätzlich und ja dann kann man hier oben einem rad drehen dann drin ist eine feder die schiebt das jetzt stück für stück hoch wenn man das mal hier sieht genau hier dreht man dran und es wird immer höher und irgendwann kann man das smartphone einspannen und wieder zudrehen ja gut ich würde sagen das war es soweit fürs erste ach so ich habe hier glaube ich noch das mini stativ ja eigentlich mal kurz zeigen das war laut glastisch dann dreht man das einfach hier drauf fertig dann hat man schon ein kleines mini stativ gut ja das soll es fürs erste gewesen sein ich würde sagen wenn es euch gefallen hat lasst ein like da wenn ihr öfter sowas sehen wollt lasst auch ein abo da würde mich freuen und ich hoffe mein erstes unboxing hat euch gefallen gut damit verabschiede ich mich und ich sage bis zum nächsten mal bis zum nächsten mal bis zum nächsten mal